Ja meine lieben Freunde der günstigen Aktien von guten Unternehmen, wir schauen heute einmal auf die Nvidia Aktie. Nvidia ist ja nach wie vor auf einem sehr sehr schönen Weg und genau das gucken wir uns auch jetzt einmal an. Ja das Bild von Nvidia ist natürlich sehr sehr spannend, sehr sehr cool, einfach weil wir von hier unten jetzt diesen super schönen Aufwärtstrend hatten. Das ist wieder mal ein typisches Beispiel dafür, dass der Aktienmarkt natürlich extreme Übertreibungen am Aktienmarkt immer mal wieder gerne hat. Und ja wie wir sehen können läuft dieser Aufwärtstrend jetzt hier schon eine ganze Weile. Ja sind jetzt 576% im Plus seit diesem Rücksetzer den wir hier im Dezember 2022 hatten. Und ja seitdem wäre jetzt doch so mein Verkaufssystem mehr oder weniger hier ziemlich gut durchgelaufen. Und jetzt geht es halt darum hey was machen wir denn mit der Aktie ja. Wie gehen wir damit um, wie günstig oder teuer ist die Aktie. Wir sehen wir sind kurz vor der 1000 US Dollar, sicherlich eine psychologische Marke. Wo die Aktie durchaus gerne mal drehen könnte. Und wie teuer die Aktie jetzt einfach im historischen Vergleich ist. Zum Beispiel jetzt hier zu diesem Hochpunkt den wir in 2021 dort mal hatten. Das wollen wir uns jetzt einfach einmal angucken. Dazu sehen wir jetzt hier unten in grün einmal die Momente wo mein System gesagt hat. Jo das ist durchaus sind Momente in denen man mal in die Aktie investieren könnte. Du siehst das kommt nicht allzu oft vor. Mein System ist da sehr sehr restriktiv. Und steigt wirklich nur ein wenn es wirklich richtig richtig günstig ist. Wenn du wissen willst welche Aktien jetzt heute gerade genau dieses Signal haben. Dann trage dich mal bei uns ein fokusinvestor.de. Dann schicke ich dir das einfach jeden Tag einmal zu. Die Marktkapitalisierung liegt jetzt gerade bei 2300 Milliarden bzw. 2,3 Billionen US Dollar. Also nochmal höher als das was du jetzt hier siehst. Und was man halt relativ schön sehen kann ist halt dass wir hier diese recht starke Aufwärtsbewegung jetzt einfach hatten die ganze Zeit. Und dass das zugrunde liegende Unternehmen natürlich dort nicht so richtig mitgewachsen ist. Wenn ich die Marktkapitalisierung ausblende siehst du aber auch warum wir jetzt gerade diesen extremen Anstieg haben bei der Nvidia Aktie. Du siehst einfach dass das Wachstum jetzt von 2023 nach 2024 nochmal ordentlich angezogen hat. Und das ist natürlich wirklich was besonderes jetzt für ein Unternehmen was jetzt so weit schon fortgeschritten ist wie die Nvidia Aktie. Und was ich ja jetzt mit dir machen wollte ist ich wollte jetzt einfach die Nvidia Aktie mal in den Vergleich setzen mit ihrer historischen Bewertung. Mit historischer Bewertung meine ich jetzt insbesondere zwei Momente. Das ist einmal der Moment kurz vor der Bankenkrise hier in 2007. Und dann meine ich damit die Dotcom Blase als das alles geplatzt ist. Und nur damit du es vielleicht einfach mal siehst was dort passiert ist mit der Nvidia Aktie. Wir haben hier einen ziemlichen Absturz gehabt. Einmal so in der Größenordnung ungefähr um 90%. Und dann hatten wir hier nochmal einen Absturz in der Größenordnung um 87%. Also auch ich sag mal so Pi mal Daumen sind das beides Zusammenbrüche um 90% gewesen. Was natürlich ziemlich übel ist ja. Also wenn du sowas in deinem Portfolio hast das willst du eigentlich nicht. Und jetzt stellt sich halt einfach die Frage im Vergleich zu diesem Zeitpunkt hier oben und dem Zeitpunkt dort oben. Wie teuer oder günstig ist Nvidia denn jetzt gerade im Vergleich dazu? Dazu vielleicht nochmal einmal kurz zurück. Was wir dazu jetzt vielleicht nochmal einmal kurz zurück hier zu den unternehmerischen Kennzahlen. Du siehst dass die relativ ähnlich verlaufen. Es gibt so ein paar Besonderheiten. Also der Gewinn ist momentan sehr sehr hoch gewesen. Jetzt 2024 ist der Gewinn jetzt bei 34 Milliarden US-Dollar gewesen. Was wirklich ein sehr hoher Wert ist. Du siehst hier der höchste Wert war vorher 10 Milliarden. Und da sind natürlich diese 34 nochmal ein Plus um 24 Milliarden. Das ist natürlich schon wirklich beeindruckend. Das heißt ich würde jetzt vorschlagen wir gucken uns das Ganze mal hier im Vergleich zum Gewinn an. Und im Vergleich zum Umsatz. Ich denke wenn wir diese beiden Kennzahlen mal zusammen nehmen. Dann haben wir schon ein sehr sehr gutes Bild. Ja also insbesondere weil der Gewinn natürlich momentan exorbitant hoch ist. Im Vergleich zu dem was so historisch normalerweise drin war. Ja und hier siehst du jetzt die beiden Verhältnisse einfach mal im zeitlichen Vergleich. Das heißt immer ein Punkt ist ein Monat. Das heißt wir haben eine relativ genaue Auswertung jetzt hier zurückgehend bis 1999. Und wir haben in Rot haben wir das Kurs Buchwertverhältnis und in Blau haben wir das Kurs Umsatzverhältnis. Und du siehst die beiden verlaufen vom Prinzip her schon mal sehr sehr ähnlich. So dann gucken wir mal rein. Also wir haben das Kurs Buchwertverhältnis. Wir hatten zwei Spitzen. Das war einmal hier die Spitze in 2007 bei der Bankenkrise. Dort war die Spitze bei 8,8. Ja und in der Dotcom Blase. Ja da muss man sich jetzt kann man sich so ein bisschen streiten wo jetzt der höchste Punkt ist in dieser Bewegung. Ja aber das maximale Kurs Buchwertverhältnis war mal 26 im Jahr 2000. Ja wenn wir das gleiche mit dem Umsatz machen sehen wir ähnliche Peaks. Ja und Fakt ist auf jeden Fall wir sind in beiden Verhältnissen sowohl bei dem Umsatz als auch was Buchwert angeht natürlich viel teurer als wir damals in diesen Krisen waren. Wo wir ja danach sogar zusammengebrochen sind um ungefähr 90%. So und wenn wir uns jetzt den Gewinn mal anschauen. Insbesondere vielleicht mal die Schätzung für das nächste Geschäftsjahr. Also hier 2025 ist jetzt das nächste Geschäftsjahr was jetzt noch nicht abgeschlossen ist bei Nvidia. Weil die haben ein bisschen verschobenen Zyklus was ihre Geschäftsjahre angeht. Und da siehst du dass wir mit einem KGV von 37 was jetzt geschätzt ist fürs nächste Jahr noch gar nicht so richtig teuer sind. Also im Vergleich zu dem was da so bei Nvidia schon mal so drin war. Das heißt es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen dass wir vielleicht auch hier hoch kommen. Vielleicht wieder Richtung KGV von 100. Und wenn wir das halt machen würden wäre das quasi noch ein Anstieg um 170% vom aktuellen Level. Heißt wenn man jetzt mal sagt dass diese Bewertung über das KGV eine sinnvolle Bewertung ist für jetzt die Nvidia Aktie zum aktuellen Zeitpunkt. Und gibt es durchaus Argumente die dafür sprechen dass jetzt wir hier oben vielleicht nochmal hinkommen könnten. Was dann ungefähr 170% Rendite vom aktuellen Level bedeuten wird. Gut das heißt wir haben so ein bisschen ein gemischtes Bild. Wenn wir uns jetzt aber einfach mal den Mittelwert anschauen wie die durchschnittliche Bewertung in den letzten Jahren war. Und wie jetzt die Schätzungen für das nächste Jahr sein sollen. Dann bekommst du hier diese fairen Werte raus. Das heißt du siehst schon wir haben sehr unterschiedliche faire Werte aktuell. Je nachdem welchen Kennwert wir zugrunde legen. Was insbesondere daran liegt dass das EBIT halt so komplett durch die Decke gegangen ist. Bezogen auf den Umsatz müssten wir eigentlich stark korrigieren. Ja du siehst es hier 44% nach unten. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage was ist jetzt die Wahrheit. Was ist der wirkliche faire Wert. Wenn man jetzt einfach sagt ich habe keine Ahnung ich nehme einfach mal den Mittelwert. Landen wir ungefähr bei 830 US Dollar. Und um diesen Wert schwanken wir mit einer Schwankungsbreite um 45%. Wenn wir uns das Ganze noch einmal ein bisschen genauer anschauen. Und uns anschauen hey wie teuer oder günstig ist die Aktie denn jetzt in Bezug auf die unterschiedlichen Werte. Also zum Beispiel in Bezug auf Umsatz, Bilanzsumme oder Eigenkapital. Da sehen wir dass wir so ein bisschen so ein gemischtes Bild kriegen. Also wir haben hier noch 65% Potenzial wenn wir einfach nur den Gewinn betrachten. Das liegt einfach daran dass diese extreme Profitabilitätssteigerung jetzt bei Nvidia stattgefunden hat. Und das heißt irgendwo hier zwischen liegt dann so der eigentliche faire Wert. Und das ist einfach das Problem was wir jetzt aktuell haben. Das heißt wenn wir jetzt einfach mal ganz stumpf da den Mittelwert nehmen. Dann wäre der ungefähr so bei 800 US Dollar 793. Und um diesen Wert schwanken wir dann mit einer Schwankungsbreite um 45%. Ja und in meinem Chart eingezeichnet sieht das Ganze dann jetzt so aus. Das heißt das ist so die Schwankungsbreite in der sich die Nvidia Aktie eigentlich bewegen sollte. Du siehst dort sind wir jetzt so naja ich sag mal im oberen Drittel. Im oberen Drittel von diesem fairen Bandbereich. Ja und du siehst auch hier unten ganz schön hier haben wir so um die 350 haben wir wirklich einen starken Widerstandsbereich. Das heißt ich würde mal so sagen der realistische Wert in dem die Aktie so bewegt liegt so zwischen 350 und 1200. Also ich denke mal wenn du auf 1200 bis Ende des Jahres setzt dann ist das denke ich durchaus keine unrealistische Schätzung. Also das wäre denke ich so ein ganz gutes positives Szenario meiner Meinung nach. Die durchschnittliche Rendite auf diesem Intervall von jetzt bis Ende des Jahres liegt übrigens ungefähr bei 15%. Wobei die maximale Rendite mal bei 166% lag. Auch wenn du dir hier unten mal so die Verteilung anschaust. Nvidia vom Prinzip her hat eigentlich immer ziemlich gut performt. Und gerade so Bewegungen so zwischen 30 und 50% waren durchaus ich sag mal der Normalfall. Also diese 30% hatten wir so im Durchschnitt würde ich mal behaupten bei jeder zweiten Bewegung. Lass uns als letztes noch einmal versuchen zu verstehen. Wie wahrscheinlich ist es denn dass wir auf diesem Intervall hier hoch bis zu unserem fairen Wert dass wir dort jetzt wirklich umdrehen. Also dass wir dort jetzt an einen Punkt kommen wo wir danach einen Rücksetzer kriegen der mindestens um 20% läuft. Das heißt 20% ist gar nicht so viel hier bei der Bewegung. Siehst du hier ja das wäre so bis hier runter. Ich halte auch hier runter eine Bewegung so minus 50% ist denke ich nicht ausgeschlossen. Wie weit die dann geht weiß ich nicht aber halt mindestens 20%. Das ist halt immer so bei mir so die Grundregel. Das heißt wie wahrscheinlich ist es jetzt auf diesem Intervall hier von jetzt bis ungefähr 1150 US-Dollar dass die Aktie dreht. Und wenn wir uns genau das jetzt hier einfach einmal anschauen dann können wir das hier ganz schön sehen. Also wir haben ein sehr sehr gemischtes Bild was diese Umkehrwahrscheinlichkeit angeht. Hier technisch 1 da kann ich jetzt so manuell noch ein bisschen mehr zu sagen. Der Wert der müsste so ungefähr so um die 70% ungefähr liegen. Und ja wenn man sich das Ganze so anschaut dann müsste also hier der Durchschnitt wahrscheinlich noch ein bisschen höher gerechnet werden. Meiner Erfahrung nach sollte der Wert so um die 53% ungefähr liegen. Also das dürfte die Umkehrwahrscheinlichkeit jetzt hier auf diesem Intervall nach oben sein. Und die Frage die du dir jetzt einfach stellen musst ist wie bewertest du jetzt die Situation? Ich versuche dir jetzt mal so ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen. Also wie bewerten wir die Situation jetzt? Also wir können definitiv festhalten die Aktie ist natürlich relativ teuer. Da erzähle ich aber keinem was Spannendes zu. Jetzt haben wir aber gesehen diese Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Kennzahlen. Das heißt du musst für dich jetzt versuchen herauszufinden, was ist die maßgebliche Kennzahl mit der man eine Aktie wie jetzt die Nvidia bewerten sollte. Wenn du das KGV ganz klassisch nimmst, hast du gesehen haben wir sogar noch einiges an Potenzial nach oben. Trotz dieser sehr hohen Kurse. Und das ist natürlich eine etwas verrückte Situation. Zum KGV neigt man normalerweise ja bei Aktien die so aus diesem ganzen Value Segment kommen. Und genau das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Wenn wir jetzt sagen ja KGV passt mir gerade ganz gut in den Kram. Da haben wir noch einiges an Potenzial nach oben. Ich nehme das jetzt mal für diese Aktie. Dann musst du dich halt fragen ist das der richtige Indikator für die Art von Aktie die Nvidia ist. Ich bin der Meinung Nvidia ist halt eher ein Wachstumsunternehmen. Und ich denke da würden mir auch die allermeisten von euch jetzt zustimmen. Und dementsprechend sollte man Nvidia meiner Meinung nach eigentlich nicht über den Gewinn beurteilen. Sondern eher zum Beispiel über die Umsatzzahlen. Und wenn wir das halt machen ist das Bild sehr sehr klar. Weil Nvidia in dieser Hinsicht halt einfach gerade recht teuer ist. Überleg dir einfach was passiert oder wie du die Situation so einschätzt. Du hast jetzt auch gesehen in welchem Band sich die Aktie so normalerweise bewegen müsste. Dort sind wir tendenziell auch eher in der oberen Ecke. Jetzt können wir halt durchaus argumentieren. Ja wir könnten darauf setzen dass wir noch steigende Kurse bis zum Ende des Jahres sehen werden. So 15-20%. Und dann kann man halt schauen okay wie haben sich dann wieder die Zahlen entwickelt. Ja weil wenn wir natürlich dann wieder 40% Wachstum haben. Oder 32 oder 40 oder 100 oder whatever. Keine Ahnung was Nvidia jetzt als nächstes schaffen wird. Dann könnte man natürlich auch wieder höhere faire Werte ich sag mal als Grundlage nehmen. Und das macht es natürlich dann wiederum eigentlich ziemlich interessant und ziemlich spannend. Das heißt das ist die Diskrepanz in der du da bist. Also wie gehe ich persönlich jetzt mit der Situation um? Also ich bin halt der Meinung dass dieses ganze wann verkaufe ich etwas ist was du dir eigentlich gar nicht so richtig stellen solltest diese Frage. Weil verkaufen ist natürlich etwas was ganz spannend ist. Ich kann es dir auch hier nochmal kurz zeigen. Ja du kannst es hier ja ganz schön sehen. Wir haben hier ja schon ein paar mal jetzt so den Moment gehabt wo es so hieß nach meinem System so. Hey Stefan zieh mal deinen Stop nach. Ja also wir hatten das einmal hier. Dann hatten wir das hier in dieser Seitwärtsbewegung dreimal. Ja jedes Mal hätte es sicherlich ganz gut funktioniert. Wenn man einfach nur den Stop hier irgendwie drunter gezogen hätte. Ja wäre nichts passiert wäre man weiter drin geblieben. Und jetzt hatte ich halt hier oben das letzte Mal also hier in dieser Kerze das letzte Mal den Punkt wo mein System gesagt hat. Oh Stefan jetzt langsam wird es aber gefährlich. Guck dir das nochmal ein bisschen genauer an. Ja und wenn ich das jetzt halt hier einfach mal mache und mir das jetzt hier halt so ein bisschen genauer anschaue sind wir jetzt halt auch wieder in so einem Bereich wo ich sagen würde ja man sollte denke ich durchaus seinen Stop absichern. Ja das ist jetzt meine Meinung dazu. Du darfst ja natürlich wie immer gerne eine andere haben. So der Punkt ist halt der wir haben natürlich sehr sehr starke Schwankungen hier in unserem Kurs. Ja und wenn man jetzt sagen würde man sichert sich nach unten hin ab da würde ich ja so die Frage wo man hingeht. Aber da könnte man vielleicht wirklich sogar unter die 700 gehen oder so. Vom aktuellen Höchststand bis zu 700 wäre ein Rücksetzer um 26 Prozent. Das heißt du siehst an der Stelle wäre jetzt ein manuelles Nachziehen gar nicht so sinnvoll sondern da kannst du einfach mein Verkaufssystem weiterlaufen lassen. Also jetzt das geht gerade vor allem an die die halt bei mir in der Betreuung sind oder bei mir in der Ausbildung waren und ich dir das halt erklärt habe wie genau sie das halt machen können. Dementsprechend besteht eigentlich gar kein Handlungsbedarf bei der Aktie. Ja lasst die einfach weiterlaufen mit unserem System so wie wir es immer haben und dann gucken wir einfach mal was passiert. Also deswegen ist es eine ganz entspannte Situation eigentlich gerade. Übertreibungen am Aktienmarkt können wieder immer ins Unermessliche gehen. Ja das ist total bescheuert ehrlich gesagt. Ja so einen Zeitpunkt ich sag mal fundamental zu bestimmen kann man natürlich machen. Wir können immer mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und so aber wohin im Endeffekt dann so eine wilde Horde den Aktienkurs treibt das weiß halt immer so niemand richtig. Ja deswegen ja ich würde dir empfehlen automatisiere einfach deinen Verkaufsprozess. Ich habe da 30 verschiedene Verkaufssysteme gegeneinander getestet. Alle irgendwie so mit so diskreten Levels und mit automatischem Nachziehen von Stops und so weiter und so weiter. Und irgendwie so eine Kombination solltest auch du dir einfach bauen. Oder wie gesagt du kommst halt zu mir mal in die Ausbildung und dann erkläre ich dir das irgendwie. Also wenn du dich dafür interessierst komm erstmal bei uns in den Investmentclub fokusinvestor.de und am Ende kann ich dir dann ein bisschen was dazu noch erzählen. Donnerstags 19 Uhr ist das immer und komm einfach einmal vorbei. Und ja dann würde ich sagen wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag. Sehen wir uns einfach im nächsten Video oder halt am Donnerstag im Investmentclub. Machs gut. Ciao.